So hallo und herzlich willkommen zum kleinen Ankündigungsvideo und zwar geht es um die Closed Beta von Tom Clane Sister Division ist ja gerade in aller Munde und ist sehr vielversprechend ich bin sehr gespannt drauf bin auch etwas gehypt und ja wie im Hintergrund seht die Closed Beta für die Xbox One fängt heute schon an am 28. Januar und für PC und PS4 beginnt die morgen und zwar um 13 Uhr ja am Sonntag wird sie enden ich denke mal um 24 Uhr wir werden auf jeden Fall morgen Abend spätestens ein Livestream starten mit eben Tom Clane Sister Division und werden es ein bisschen zocken und das Special ist wir werden noch fünf Beta Keys raushauen also für die Closed Beta dann könnt ihr noch quasi Samstag und Sonntag spielen und braucht euch das nirgends zu kaufen oder hoffen dass ihr noch einen bekommt wir hauen die einfach raus fünf Stück morgen im Livestream beginnen weiß ich noch nicht followt auf jeden Fall jetzt schon mal den Kanal dann kriegt ihr auf jeden Fall eine Benachrichtung wann es beginnt der Link ist einmal in der Videobeschreibung und wird ja auch einmal so durchs Bild flutschen und ja einen werde ich schon heute oder morgen Mittag um 13 Uhr schon verlosen wenn die Beta beginnt und zwar unter den Leuten die unter dem Video kommentieren das heißt ihr kommentiert einfach was unter dem Video gebt dem Video einen Daumen hoch und dann seid ihr drin alles gut und dann werde ich den einen Key schon quasi am Morgen um 13 Uhr verlosen und raushauen dafür werde ich euch dann an dem Gewinner quasi einfach in den YouTube Kommentaren kommentieren und ja ich denke ist eine ganz coole Aktion wenn ihr es feiert gibt dem Video einen Daumen hoch Support ist kein Mord ich freue mich auf jeden Fall wenn ihr morgen dabei seid followt auf Twitch und ja wie mir denn die Beta Keys eingibt werde ich noch ein kleines Video machen da will ich nicht dass ihr dann quasi morgen die Keys von mir kriegt und dann so wie geht's jetzt und dass ich es jedem zehnmal erklären muss oder dass man vielleicht in dem Video herum scrollen muss wo ist das wo ist die Erklärung deswegen mache ich da noch ein kleines Video extra das werde ich dann gleich anhand meines Beispiels zeigen also wie ich meinen einlösen man kann ihn auch schon heute preloaden aber ja wir schauen uns das an ich bin extrem gespannt ich hoffe ihr freut euch drauf und dann sage ich vielen Dank fürs einschalten und bis zum nächsten Mal ciao